Herzlich willkommen zum Forschungsprojekt Intuition in verschiedenen Berufsgruppen. Ein Projekt gefördert von der Europäischen Union und dem Land Niedersachsen an der Osfalia-Hochschule. Mein Name ist Prof. Dr. Markus Launer. Ich bin Projektleiter. Wir machen jetzt einen Auslug in die Hypothesen dieses Projektes, nämlich die Hypothesen für unsere Intuition. Das Spezielle an unserem Ansatz ist ja, dass wir verschiedene Intuitionsarten kombinieren. Das sehen Sie hier also auch ganz pragmatisch an unserem Fragebogen. Wir haben also Fragen für Rational Decisions. Wir haben Fragebogen für die intuitiven Entscheidungen, emotionale Entscheidungen, Unconscious Thinking, schnelle Entscheidungen und eben die Antizipation und Präkognition. Hier haben wir also verschiedene Berufsgruppen zugeordnet, wo wir glauben, dass man diese Intuition besonders braucht. Und das ist ja der Forschungsansatz und diese Hypothesen wollen wir also überprüfen. Einmal das Rational Thinking, insbesondere Banker und rational analysierende Berufsgruppen. Intuitive Entscheidungen, Banker, Manager, aber auch Pharma oder eben auch im gesamten Healthcare-Bereich. Sehr emotionale Entscheidungen, vor allen Dingen Nursing, also Krankenschwestern, Hotels und Restaurants, wo ich eben spezielle emotionale Intelligenz auch benötige. Das Unconscious Thinking war ja speziell für Manager. Schnelle Entscheidung war Polizei, Feuerwehr und Notärzte. Und dann haben wir eben die Antizipation und Präkognition für Yoga-Lehrer und Lehrerinnen und in der Meditation. Unser Ansatz im Detail nach verschiedenen Berufsgruppen. Einmal haben wir ja die Rational Decisions, die rationalen Entscheidungen. Hier untersuchen wir speziell Banker, rational arbeitende Manager, analytische Doktoren, Forscher, Ingenieure, Steuerberater, Consultants oder eben auch Pharma. Dann die intuitiven Entscheidungen. Hier gehen wir also auch an Banker ran und Manager, aber speziell auch eben Pharma und Doktoren. Die eher emotionalen Entscheidungen untersuchen wir im Healthcare-Bereich, bei Krankenschwestern, Privatpersonen, aber auch bei Angestellten des Hotel- und Gastronomiegewerbes. Wir haben dann die Unconscious Thought Theory nach Dixterhüß. Hier untersuchen wir speziell die Manager aus der Produktion, Administration oder auch Beamte im öffentlichen Dienst in verschiedenen Branchen. Die schnellen Entscheidungen nach den Heuristiken untersuchen wir speziell bei Polizei, Feuerwehr und den Notärzten, aber eben auch zum Teil im Hotel- und Gastronomiegewerbe. Die spezielle Theorie Antizipation und Präkognition untersuchen wir speziell an Yoga-Lehrern, Meditationslehrern und Lehrerinnen, Priestern und spirituell veranlagten Menschen. Besuchen Sie unsere Ostfalia-Webseite, Facebook, Twitter, Instagram oder unseren YouTube-Kanal.